Guten Morgen, heute ist es gerade mal 6.40 Uhr, aber wir sind schon auf den Beinen, weil der Kleine heute Geburtstag hat und da hat er natürlich nicht unbedingt lange geschlafen und ja, er hat seine Geschenke schon ausgepackt und spielt schon damit und Frühstücken mag er auch nicht vor lauter Aufregung. Und ja, dann hören wir uns später wieder, bis dann. Mittagessen, heute mal wieder so ein Rogette mit Knoblauch und dazu heute auch noch ein Knoblauch-Paguette, weil wenn wir schon Knoblauch stinken, dann wollen wir es gescheit machen. Und ja, das essen wir jetzt und dann hören wir uns heute Abend wieder. Bis dann, ciao. Abendessen heute. Faule Weiberküche, heute. Genau, faule Weiberküche. Der Kleine wollte unbedingt eine bestellte Pizza und ich habe eine Caprese mit Tomate und Käse drauf. Der Kleine mit Salami und mein Mann, wie immer, eine Dönerpizza. Äh, kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil... Karton zu. Meine Pizza kriegt keiner. Also dann. Also dann. Ciao, bis morgen früh. Guten Morgen. Heute habe ich mir einen Kräutertee gemacht. Und auch den trinke ich jetzt. Und dann mache ich mir meinen Einkaufszettel und gehe nachher einkaufen. Also dann, bis später. Mein Mittagessen heute. Ich habe gestern meine Pizza natürlich nicht geschafft, es aufzuessen. Deswegen gibt es die jetzt, der Rest, der noch übrig geblieben ist. Und dann hören wir uns zum Abendessen. Bis dann, ciao. Hallo, heute gibt es fränkisches Eierschmalz. Das habe ich in einem Kochbuch gefunden. Mein Mann wollte das mal wieder haben, weil er das gerne mal essen wollte. Dazu gibt es Eisbergsalat mit Frühlingszwiebeln und Apfelmusstamm drin. Und das Apfelmusstmuss muss eh weg vom Kaiserschmarrn noch. Und ja, schauen wir mal, wie es schmeckt. Also dann, ciao. Guten Morgen. Habe jetzt einen schwarzen Tier heute mal gemacht. Und ja, den trinke ich jetzt dann. Und dann muss ich noch von Jason sein Geburtstagsgeschenk. Da hat er so ein... Wo bin ich da? So einen Bus gekriegt und da ist die Tür abgefallen. Die muss ich nachher dann noch richten, wenn er dann im Kindergarten ist. Weil es gab heute schon ganz, ganz viele Tränen. Und ja. Also dann hören wir uns später. Bis dann. Hallo. Unser Mittagessen heute Brezen, Weißwürst und natürlich dazu dann auch einen süßen Senf. Und ja. Und ja, das gibt es jetzt. Und dann hören wir uns heute Abend. Bis dann. Hallo. Hallo. Abendessen. Heute eine Nudeln mit Tee-Tee-Sauce. Das Rezept ist ja schon in meiner Playlist drin. Genauso wie eine nachgefragt hatte nach meinem Fanta-Kuchen. Das Rezept ist auch in der Playliste drin. Einfach unter Rezepte schauen. Also dann. Ciao. Guten Morgen. Ich habe mir heute ein Fenchel-Anis-Kümmel-Tee gemacht. Werde den jetzt trinken. Und dann bin ich beim Organisieren für den Geburtstag heute Nachmittag. Also die Feier. Geburtstag war ja schon. Also dann. Ciao. Guten Morgen. Ich habe mir heute wieder ein Fenchel-Anis-Kümmel-Tee gemacht. Den trinke ich jetzt und dann sehen wir, was der Tag heute alles noch so bringt. Also dann. Bis später. Ciao. Abendessen. Heute mal wieder Spaghetti-Bolognese mit geriebenem Käse drauf. Heute keine Zucchinis. Da hatte ich keine mehr da. Und ja. Das war es dann. Und das essen wir jetzt. Und ich freue mich schon richtig drauf. Also dann. Bis später. Guten Morgen. Heute habe ich mir einen Fenchel-Anis-Kümmel-Tee gemacht. Ne. Stimmt nicht. Heute ist es ein Kräutertee. Und ja. Den trinke ich jetzt. Und dann hören wir uns später wieder. Bis dann. Hallo. Heute Abend gibt es Langosch wieder. mit Speck, Creme Fraiche und Käse. Und ja. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Und heute Mittag hatte ich einen Albro-Joghurt. Äh. Pudding. Schokopudding. Also dann. Ciao. Tschau. Und seht ihr.